Best auf Seifenkistenrennen. Ich bin immer noch der Mann, dass es ein geiles Format für Twitch Deutschland wäre. Twitch Deutschland, 5 Streamer, Seifenkisten. Das auf Twitch wäre Baba, wäre Baba. Junge, Junge. Wie geil. Und eine große Slicz der Schmerz. 3 sehr gute Reasons, warum immer noch immer die Spektatoren aus der Welt flogen zur Red Bull Soapbox-Rase in ihren Tausenden. Boah, Junge, wird die abheben! Red Bull Soapbox-Rase in ihren Tausenden. Aber was braucht es, die Harten der Leute gewinnen? Ich glaube, da ist es auch übelst so geil vor Ort zu sein und zuzuschauen. Ich glaube, es macht übel Spaß. Junge! Ja! Oh, mein Gott! Das ist ein Desaster! Das sind unsere Top-6-Soapboxe, die die Fans in eine Frenzie von Delight gefangen haben. Ich habe bisher noch kein einziges Wort auf Englisch zugehört, aber die Sachen sehen cool aus. Santiago, Chile. Spritgeld für die Seifengiste. Harris on 4, danke schön für die 1 Euro. Elf! Sie haben sogar eine Choreo gemacht. Ja, das ist cool! Ja, das ist cool! Das ist Absolut! Das ist so... Wie aggressiv die das machen! Junge, sie kommen nicht mal rein, ich schwöre, die haben den Spaß ihres Lebens, ich finde das ist so ein klassisches Beispiel für, ich glaube ihr geht mir gerade fremd, er in dem Moment Doppelpunkt, das, wirklich, ich glaube das macht übertrieben Spaß Die haben einfach ihr Auto zu weit gemacht, das hätten wir doch vorher checken können, oder? Die Guards have read the rules and regulations when they built it, right, here we go, here we go again, look, down towards the finish, I've never seen anything like this, here we go, can they get round there, just about, yeah, look at the state of it now Look at his hand, ah Sliding down, over the finish line, 141.61, one of the most bizarre runs I think I can remember, look at this, he misses it, look there Geil, sehr stark Was für ne Scheiße ist das denn bitte, aber will machen, fühl ich komplett Oh, so handsome, and yet so clumsy At five, the Italians prove they really are a nation of food lovers, as a team in Turin, leave the spectators in a state of total ecstasy Geil, geil, geil So next we've got to La Padella, which is the frying pan And you can see the two eggs try to run away from the two chefs, which is all about the performance before they get into the soapbox Ja Boah, ist relativ wenig Punkte Wieso haben die anderen 10, 10, 10, 10, 10, 10 bekommen? Ich fand das jetzt auch lustig Hä, guck mal, die haben sogar so Nebel und so ein Shit Der Smoke hätte mehr Punkte geben können So geil, wie die gucken Ja Hä, ich find das richtig gut So geil, wie er guckt Nicht wirklich Boah, ich, da seh ich auch irgendwie, da seh ich mal, dass Revi auch ein Team hat Revi hat ein Team, Amar hat ein Team, Kevin hat ein Team, ich hab ein Team, ich glaub das wär gut Ich seh auch den Krankenwagen vor Ort Irgendjemand wird sich auf jeden Fall was brechen, 100%, Revi eigentlich Ja, eigentlich Revi Und Hugo Maybe auch noch Trimax Ja, das Ding ist halt, wenn ich jetzt Max anschreib, dann würde ich halt in zwei Jahren ungefähr ein Feedback bekommen Und ich würde es schon gern nächstes Jahr machen Irgendjemand sieht es manchmal von vorne so langsam aus Man sieht so, wie es von hinten fährt So Und das ist schon schnell, das sind schon jetzt 20 kmh 30 Moment, was haben die gemacht? Schaumstoff so Oh Okay, stark, stark, stark Bauschaum Junge Oh mein Gott, wir werden alle sterben und so hart maulen Das war sehr schnell Jetzt muss er danach Wunder noch weiter schieben Oh, stressig Aber wisst ihr was geiles ist, dass alle Leute so ne heftige Stimmung da haben Alle sind übel begeistert, alle haben übel Bock Weißt du, selbst wenn jemand fällt und komplett rein schießt, sind alle so Wuuuuh Voll geil Richtig geil Feier ich Finde ich cool Das wäre auch lustig mit actual Zuschauern vor Ort Was macht ein Gurkensohn da? Bath, Team A bad time Got it Got it Gab es ganz viele Neuen Wieso haben die Eier so wenig Punkte gegeben, Chat? Ich fand die Eier doch geil Das waren doch gute Eier Fand die Eier auch gut, vor allem mit dem Dampf Okay, der ganz klassische, ganz klassische Badewanne Das ist super cool Das ist super lustig Okay, die fahren auch sehr gut Wow Insane Ich glaube, wie das hier wackelt Boah, ey, man kann sich da aber schon mies verletzen auch, ne? Das war saustark Ich frage mich, wie man zu dem Hobby kommt Das ist so ein ganz typisches Hobby, wo ich mich frage, wie passiert das? Ist geil, aber wie kommt man da rein? Sehr gut, ja Boah Ist wichtig, dass hier vorne, ich mach mir schon Notizen Ist wichtig, dass hier vorne gut gedämpft ist Dass ich hier auch ein bisschen was bewegen und biegen kann Weil viel Aufprall So kriegen die dafür 10 und 11 Wieso haben die Eier so wenig Punkte bekommen? Ich bin nicht zufrieden mit den Bewertungen Oh, okay, das ist cool Hä, wie cool Weißt du, was ich richtig geil finde dabei, Chad? Wirklich, das ist super, super geil Dass die halt so auf Fun machen Die wollen gar nicht Erster werden Die wollen gar nicht unbedingt gewinnen Die wollen einfach nur auf lustig, ne geile Show machen, so Ja, dann muss ja einer hier sitzen und fahren Geil mit dem Schaum Aber ich seh schon, wirklich Ich seh schon, wie sich alle maulen Hm, ne Guck mal, da oben steht naiv an der Decke Ja Glas 1, Chad Uh Hat's euch früher auch bei der Der ist, der ist immer so hart abgefragt Wenn Dieter Bohlen so eine schlechte Bewertung gegeben hat Oder Nein gesagt hat Bei was, was richtig gut war Und du warst so, Alter Du willst einfach nur Nein sagen Das ist voll der Ja-Kandidat Es gab ganz viele Neuen Wieso haben die Eier so wenig Punkte gegeben, Chad? Ich fand die Eier doch geil Die waren doch, die waren, das waren doch gute Eier Oh, Mann Sehr cool Viel Windwiderstand Ein großer Tubarau Sehr stark Sehr gut Sehr gut Sehr gut Geil Geil, geil, geil Aber ich hab das nicht auf der Eins gesehen Bin ich ehrlich Ich fand das Bath-Time sehr, sehr, sehr geil Ich fand die Eier immer noch sehr gut Und ich muss sagen, ich fand auch das mit dem Rückwärtsfahren noch cooler Aber ich denke, das ist krass gemacht, so Ja, Mann, voll geil Aber ich glaub, das ist super lustig Da wär ich gerne vor Ort Ich glaub, das ist super, 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 super funny Das war ein richtig cooles Video, Chad Das war ein richtig cooles Video, das ist super, 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 super